Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Where is my heart. Ich habe jetzt die letzten 20 oder 30 Minuten, ich schaue mal vor, die letzte halbe Stunde habe ich hier probiert, Flying Rocks, Serpentine und Fall mit diesem Herzen zu bestehen. Ich habe es noch nicht mehr frei gekriegt. Also da muss ich nochmal testen, nochmal weitermachen, aber erstmal geht es jetzt weiter mit Beneath the Roots. Orange. One day I will be living the life I want to live. Das haben wir gestern schon gelesen. Also, für mich war es gestern. Uiuiui, das sieht wieder kompliziert aus. Wo komme ich da hin? Da unten. Hier geht es nicht weiter, okay. Wenn ich jetzt hier auf dem Outreach nehme und da rübergehe, dann komme ich hier hoch. Kann dann da auf den Pilz rumrennen. Boah, hier sollte ich auch hinzuspringen, so. Da oben muss Brown hin, okay. Ich gehe erstmal hier runter und schaue, wo ich hinkomme. Ne, da sollte ich nicht lang gehen. Ne, da sollte ich auch eher weniger lang gehen, okay. Also, ich muss mich mit Grey hier hinstellen und mit Brown hier hoch. Wo bin ich jetzt? Da bei Orange. Brown da hoch. Warte, wo komme ich denn lang, wenn ich hier hingehe? Nach da, okay. Erstmal einen auf den, zack. Da vibriert mein Handy, aber ist mir gerade egal. So. Jetzt kann ich, wenn ich mit Brown da wieder runtergehe, wo komme ich denn hin, wenn ich hier links runterfalle? Einfach wieder auf Orange? Einfach wieder auf Orange, okay. Dann bringe ich Brown hier mal runter. Ne, ich will hier runter. So. Wo geht es hier hin? Da hin. Das bringt mir nichts. Okay. Ich muss jetzt auf Grey rumschalten. und der geht hier hoch und geht dann da hin und macht da seinen Kopfstand. Aber jetzt hat das Ding da unten vorangeschaltet. Okay. So. Wo kann ich als nächstes hin? Ich weiß nicht mehr, doch der erste hat das da umgeschaltet. So, der andere war da unten. Hat das Ding weggemacht? Okay. Ich weiß nicht mehr, wohin ging es hier rechts? Nach da. Ich kriege da immer noch keinen zweiten hoch, glaube ich, oder? Leider nicht so, wie das ausschaut. Orange. Kriege ich da auch nicht hoch. Nee. Leider nicht. Ich bin dazu angetan, einfach darüber zu springen. Ja, komme ich nur zum Spawn. Okay, wo komme ich eigentlich hin, wenn ich hier links hingehe? Da geht es hoch. Okay, dann bringe ich Grey erst mal wieder zurück. Er fällt zum Spawn, so. Geht zum Dingens. Ah, da brauche ich alle drei. Brown ist ja fast da. Ha! Schon mal ein Herz nochmal. Ich weiß gar nicht, wo ich lange lebe, wenn ich jetzt. Hä? Also geht es nicht weiter, okay. Gut zu wissen. Ich dachte gerade, ich wäre verreckt, aber bin ich zum Glück nicht. Hui, so. Dann hier erstmal wieder runter. So, hier wollen wir wieder Spawn. Und können dann rein von der Theorie her lang, hier lang. Ähm, ich will hier mal Orange haben. Hier Orange. So, hier Brown nochmal nach da. Orange auf Brown. Ne, das geht nicht, okay. Sonst hätte ich gedacht, dass ich da rüber springen muss. Schade. Dann muss ich Level E nochmal spielen. Naja. Wo geht es denn hier sonst weiter? Ich gehe nochmal zu Brown. Vielleicht gibt es hier irgendwas, wenn ich hier hochhüpfe. Gibt es ein Herz? Ha! Wusste ich es doch. Da habe ich es, okay. Äh, was muss ich jetzt machen? Ach, warte. Wenn ich jetzt hier zu Orange wechsle. Komme ich dann darüber? Auch nicht. Okay. Ich probiere gerade nur wild aus, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Ähm. Wo komme ich denn sonst weiter? Da oben war, glaube ich, nichts mehr, oder? Gehe ich da nochmal hoch. War da oben noch was? Gray. Gray. So, so, so. Ne, da sollte ich vielleicht nicht langen. So, hier hoch. Da komme ich zu dem Herzen dahinten. Aber da komme ich eh nicht hoch. Also, das bringt mir auch nichts. Das bringt mich auch nur wieder hier zum Spawn, okay. Da war auch nichts mehr. Hier mal wieder runter. Hier mal wieder runter und hier rüber. Das war so klar, dass ich da aus Versehen weiter renne. Ah, das wollte ich doch nicht. Mann. Ich muss zu den ganzen Blöcken. Nur wie komme ich zu diesen Blöcken hin? Das ist die Frage, ne. Ähm. Ja, das muss doch da unten irgendwas mit zu tun haben. Oder bin ich jetzt ganz Banane? Da bin ich mal braun. Na, braun hatte ich gerade. Also. Wurde mich her, warum geht es nicht tiefer? Aber hier ist auch nichts mehr. Egal, ob hier oder hier. Hier oben ist ja auch nichts. Ist ja nur das Ding. Oder kommen wir hier weiter? Ne. Na. Auch nicht Sinn der Sache. Hier kann ich mich nur umbringen an der Decke. Das will ich ja nicht. Ich weiß nicht, wie es hier weitergehen soll. Nehmen wir nochmal Aurel. Ach, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier oben hin. So. Ich hätte ja gedacht, dass ich da drüben irgendwas machen muss. Aber da komme ich nicht hin. Dass ich da die Herzen befreien muss und die machen mir hier irgendwas frei. Aber das geht nicht. Ich nehme Anlauf. Ne. Da komme ich auf keinen Fall hin. Auch nicht vom dritten Ding oben. Das hat auch nicht gepasst. Aber was muss ich denn sonst hier tun? Wenn ich hier hingehe. Oh. Kann ich da hüpfen. Da komme ich nicht rüber. Aber warte mal. Das ist jetzt zwar. Sicherlich nicht so, wie es sein soll. Scheiße. Das war ein Pixel zu weit. Aber wenn das funktioniert, dann wäre ich glücklich. Ich habe das Level eh schon so verkackt, dass ich es. Auf jeden Fall normal spielen muss. Nee, das geht nicht. Außer. Nein, das geht auch nicht. Schade. Aber was muss ich. Warte mal. Aber vielleicht muss ich genau das, was ich hier gerade versuche, hier machen. Grey. Gehen wir nach da. Dass ich die hier so platziere. Dass sie so gerade noch auf der Kante stehen. Kann aber auch nicht Sinn der Sache sein, oder? Das funktioniert auf jeden Fall. Aber ob es so sein soll. Hier, Kopf stoßen. Nein! Oh Mann! Also ob das jetzt Sinn der Sache ist, ich bezweifle es irgendwie. Aber es funktioniert. Also stört mich das ja weniger. So, jetzt das zweite Ding unten denke ich mal frei. Oder? Ja. Okay. Komme ich hier hoch? Komme ich hier links hoch? Habe ich da ein Herz? Kann da ein weiteres befreien? Habe ich da noch ein Herz? Ach, jetzt bin ich da oben. Okay, so. Aber wie geht es da unten? Könnte ich jetzt weiter. Also könnte ich hier wieder runter. Hier runter. Hier runter. Die ganz runter. So, hier hin. Ne, Grey sollte ich in dem Fall vielleicht gerade nicht. Jetzt muss ich ihn benutzen. Nicht benutzen. Hä? Wie soll man da sonst hinkommen, wenn man da nicht springen kann? Ich bin gerade verwirrt, aber richtig. Stell ich nochmal braun da hin. So. Ach, warte. Ich glaube, wenn ich in so einer Mitte hinstelle, kann ich drüber rennen. Ja, perfekt. Ich bin auch gut. Ah, Fälscher. Verdammt. Ah, da darf ich ja nicht springen. Grey, wieder so in die Mitte stellen. Errungenschaft freigeschaltet. Not afraid to die. Ich denke mal, da muss ich so und so oft in einem Level sterben. Ja, das habe ich auch verdient gerade. So. Hier geht es nicht weiter? Okay. Die hat mir irgendwo... Ach, verdammt. Ah, Mann. Ich muss nochmal zu dem Orange-Ding hier rüber. Warte, erstmal das Herz einsammeln. Aber das letzte Herz will jetzt, wenn ich schon verkacke, dann richtig. Deswegen will ich das Herz jetzt auch nochmal haben. Das habe ich liegen gelassen, so schlau wie ich war. Das ist hier Orange. Ach, ich hätte auch hier einen anderen nehmen können für eine Menge drauf. Also, wie das ausschaut, richtig, ist das Herz hier drüben. Da rechts scheint es nirgends mehr hinzugehen. Ne, da rechts geht es nirgends mehr hin. Okay, da muss ich jetzt nur noch zurückkommen. Das war ja nicht wirklich schwer. Nein. So. Hier runter. Hier runter, hier runter. So, und schon sind wir am Ziel. Überhaupt nicht kompliziert, dieses Level, nein. Das geht eigentlich. Also, wenn man es einmal raus hat, geht es. Ich bin so häufig verreckt. Das wäre jetzt auch noch... Warte, mal schauen auf Uhr. Boah, werde ich diese Folge nochmal neu spielen. Aber immerhin habe ich es geschafft. Das ist hier auch schon mal ein Wunder. Also, hier, zack. Beneath the Roots. Da will ich wenigstens das Herz haben, weil so schwer ist das Level eigentlich gar nicht. Eigentlich. Ja. Also, hier hin. Ich brauche oben eh, ähm, Brown. Deswegen... Brown hier einmal hoch, wenn ich bitten darf. Jetzt hier Grey auch nochmal hinterher. So. Jetzt mache ich das Ding für Grey frei. Der macht da sein Handstand. Jetzt geht unten das Schloss weg. Und was war das andere? Ich weiß nicht mehr. Ah, nee, das andere war hier der Block für Grey. Okay. So. Da muss er also nicht mehr hin. Dann bin ich jetzt da. Okay. Wo musste ich jetzt hin? Mit Brown konnte ich hier zwar hin, aber da hoch komme ich eh nicht. So. Daher komme ich ja von der anderen Seite hin. Deswegen kann ich hier runter. Und muss jetzt mit Orange rechts rüber. Das bedeutet, ich sollte hier mal... So. Und... Jetzt Grey. Ich wette, es ist nicht Sinn der Sache, das so zu machen, aber es funktioniert. Also lasst mich in Ruhe. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich es anders machen soll. Deswegen... Jetzt Orange. Ich habe das Herz nicht mitgenommen. Nein! Dann hole ich mir das gleich. So. Ich weiß noch nicht, wie ich mir das Herz holen soll. Naja, egal. Ich schaue erstmal weiter. Erstmal hier hoch. Das Herz einsammeln. Und mit dem Ding schalte ich, glaube ich, jetzt unten den Block frei. Richtig? Ja, richtig. Okay, also ich muss hier wieder runter. Ich weiß noch nicht. Ja doch, hier in der Wand kann ich einfach runterfallen. Dann bin ich da. So, damit ich das Herz bekomme. Und jetzt hier einfach nur noch wieder hoch. Bis jetzt läuft es ja ganz gut. Ich weiß noch, was darf man nicht sagen. Sonst hat man direkt verkackt. Hier bin ich. Jetzt muss ich hier zum Spawn. Da habe ich ja eh noch ein Herz. Gray. Brown. Ich wollte nicht runterfallen. Ah, scheiß drauf. Zeit zu Ende. Ich will das Level zu Ende spielen. Ach ja, ich brauche alle drei. Vergessen. So, ein Herz geholt. Wieder zurück. Wo muss ich jetzt hin? Jetzt musste ich hier unten hin. Der eine stellt sich in die Mitte. Dann kommt Orange da drauf. Und dann jetzt hier Brown, der da einfach rüberläuft. Oder so cool ist. Zack, zack. So, jetzt fehlt mir nur noch ein Herz. Nein, mir fehlt... Warum fehlen mir noch zwei? Ach so, ich weiß wo. Gray. Das Herz. Dann muss ich hier einmal hin. Da muss ich jetzt mal Orange draufsetzen. Oder Brown. Das ist egal. Ich will nicht zum Ziel. Ich will hier weiter hoch. Ja, perfekt. So. Jetzt muss Brown da noch hin. Brown sieht übrigens aus wie so ein Pädobär irgendwie. Und zack. Jetzt fehlt mir nur noch das Herz. Wie hole ich mir das? Ist ja egal, wer da springt. Deswegen Brown. Was man hier Gray. Alle fallen lassen. Dann soll sich Gray hier wieder so hinstellen. Dann soll sich Brown da draufstellen. Und Orange dann so etwas schräger. So komme ich da niemals dran. Ach, wartet. Gray so weit wie möglich rüber. Dann Brown. Ich muss es jetzt riskieren. Ich bin nicht gesprungen. Warum ist der nicht gesprungen? Ah. Aber so funktioniert das. Oh, Mann. Jetzt bringe ich... Äh. Na, das Level gleich nochmal. Aber ohne Aufnahme, glaube ich. Weil ihr wisst ja, wie es geht. Und ich ja auch. Oh, Mann. Hier runter. Hier runter. Und ab ins Ziel. So, hier runter. Dann habe ich alles. Meine Güte. Trotzdem bekomme ich kein Herz, weil ich verreckt bin. Aber ganz zum Schluss erst. Ah, Mann. Na ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich hoffe, euch gefällt es. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.